Ho, ho, ho! Liebe Fans von Rote Hosen, ich habe gehört, auch dieses Jahr geht es nicht an uns vorbei. 2017 ist auch wieder das Jahr von Weihnachten, also nicht vergessen, 24.12.2017, 20.15 Uhr Rote Hosen in der Mediathek anschauen. Schöne Weihnachten! Rote Hosen, ich habe gehört, auch dieses Jahr geht es nicht an uns vorbei. 2017 ist auch wieder das Jahr von Weihnachten, also nicht vergessen, 24.12.2017, 20.15 Uhr Rote Hosen in der Mediathek anschauen.